Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit Eugen Xaurog. Wisst ihr noch, wie das erste Vlog angefangen hatte? Frühstück! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So fing der letzte, der allererste Vlog an. Also die 365-Tage-Challenge. Und wir essen jetzt Mischli, Berta-Bressi, Joghurt und Kaffee. Und wenn ich dann noch Hunger habe, gönne ich mir noch einen Krapfen. Wir haben nämlich gestern Krapfen gekauft. Ja! So, mein Arbeitstag beginnt. Äh, ja, mit was? Habe ich schon eigentlich im Video von heute Morgen gesagt. Ähm, mit, mit, mit Scrap Mechanic, äh, Xauk erklärt. Und, äh, bisschen rumtelefonieren werde ich heute. Ich hoffe, dass heute das Auto fertig wird. Und, ähm, was noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Wenn es mir nachher einfällt, dann werde ich euch davon Bericht erstatten. Jo, ich würde jetzt sagen, ich fange jetzt einfach mal an und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ja, mal liebe Freunde, also, ich habe jetzt, was waren es, sieben, acht, acht Folgen, Scrap mir keine gemacht, jetzt ist es 13 Uhr gleich. Ich werde jetzt Mittagessen, ja, mit Milch, wow, und ich weiß noch gar nicht was. Ich würde sagen, wir gehen mal suchen. Wir haben ja noch vorgestern Nudeln mit Hähnchen, das will ich mir jetzt warm machen, ja. Miami, miami, es ist warm und angerichtet und ich wollte mich schon trauen. Huuuuh, schön war's, danke war's. Mh, jetzt bin ich satt und, äh, gehe in meine zweite Runde Video bearbeiten und auch dieses Video hier bearbeiten. Also, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ähm, ja, dann später mal gucken, ob das alte schon abholbereit ist. Ich hoffe's, weil, ähm, hallo, es muss fertig werden. Ich will Auto fahren. Morgen muss ich, morgen muss ich Auto fahren. Ja, wohl, ich habe das Leihauto, aber trotzdem. Nicht mit dem Auto, bitte. Ja, na gut. Also, liebe Leute, bis morgen. Tschüss.